Hallo liebe Quizspielfreunde und Freunde von unnützem Wissen. Heute zeige ich euch das Spiel True Stories. Manchmal ist die Wahrheit wirklich unglaublich. Aus dem Moses Verlag. Ein Spiel für zwei bis sechs Spieler ab zwölf Jahren mit einer variablen Dauer ab zehn Minuten, sage ich mal. Ja, wie immer zeige ich als erstes, was findet ihr in der Spiele Schachtel einen Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu True Stories. In der Spiele Schachtel findet ihr folgende Dinge. Karten. Eine Menge Karten. Davon haben wir hier vorne ein paar Karten, die die Anleitung sind. Dahinter haben wir ein paar Karten, die sich Tippkarten nennen, mit denen die Spiele ihre Tipps abgeben. Und dann haben wir einfach eine Menge Fragekarten. 300 Stück an der Zahl. Die befinden sich hier auch noch in der Schachtel. Und das ist schon alles, was ihr für dieses Spiel braucht. Praktisch ist noch ein Stift und einen Zettel. Und dann kann es losgehen. Ja, einen großartigen Aufbau gibt es bei dem Spiel nicht. Ihr nehmt die Karten, mischt sie, wenn ihr mal gespielt habt, ein bisschen durch und stellt das Ding einfach mal auf den Tisch. Jeder Spieler, der mitspielt, kriegt eine A- und eine B-Karte, mit denen er dann seinen Tipp abgeben darf. Die restlichen Tippkarten kommen aus dem Spiel. Ich lege das jetzt mal so hin. Und damit hat man auch schon den kompletten Aufbau dieses Spiels erledigt. Und schon kann das Spiel losgehen. Das Leben schreibt die verrücktesten Geschichten. Doch was kann man glauben? Und was ist erstunken und erlogen? Wer lügt das Blaue vom Himmel herunter? Finde es heraus. Beim Spiel für alle Besserwisser, Klugscheißer und Fans von unnützem Wissen. Ein Spieler macht den Vorleser und die anderen müssen raten, was von dem Vorgelesenen richtig ist und was falsch. Nehmen wir uns mal die Karten zur Hand. Zum einen gibt es hier unterschiedliche Farben. Die bedeuten gar nichts. Die sind einfach nur bunt. Da gibt es keine Schwierigkeitsgrade oder sonstiges. Es sind einfach nur unterschiedlich bunte Karten. Ja, auf seiner Karte finden wir dann folgende Dinge. Hier oben gibt es einen Text mit einer Behauptung, einer Frage oder sonstiges. Zum Beispiel hier haben wir jetzt Leslie Nielsen spielte in die nackte Kanone einen dämlichen Polizisten. Aber was war mit Nielsens Bruder Eric? Ja, und jetzt gibt es hier immer vier Antworten. Grundsätzlich ist es so, dass immer die Antwort, die hier markiert ist, also hier ist die grün angemalt oder hier ist die blau angemalt, das ist immer die richtige Antwort und die ist entweder immer ganz oben oder immer ganz unten. Deswegen dürfen die Mitspieler die Karte auch nicht sehen, sonst sehen sie gleich, okay, die oberste Antwort ist richtig, also nehme ich mal das, was er vorliest als erstes. Denn grundsätzlich passiert es folgendes. Der Spieler, der diese Karte hat, liest sich die richtige Antwort und die drei falschen Antworten durch und sucht sich von den falschen Antworten eine heraus, die er zusammen mit der richtigen Antwort vorlesen wird. Nachdem immer die erste oder die letzte richtig ist, ist es im Fall von ich lese zwei Antworten vor, natürlich total wurscht, ob es die erste oder letzte ist für die Mitspieler, denn ich habe bloß zwei Antwortmöglichkeiten und eine davon muss es halt sein. Also, ich habe jetzt die Antwortmöglichkeiten, er war Verteidigungsminister in Kanada oder zum Beispiel als falsche Antworten, er erstickte an einem Donut, er saß zwei Jahre unschuldig im Gefängnis, er stieg fünfmal als Profiboxer in den Ring und verlor fünfmal durch K.O. Ich habe also die richtige Antwort, er war Verteidigungsminister in Kanada und muss mir jetzt eine Antwort von den Falschen mit dazu suchen, wo ich mir denke, damit führe ich meine Mitspieler hinters Licht, das glauben die bestimmt. Das ist es vielleicht nicht unbedingt, er erstickte an einem Donut. Ich würde es wahrscheinlich nehmen, er saß zwei Jahre unschuldig im Gefängnis, das kommt in Amerika ja öfters mal vor und würde jetzt als Vorleser Folgendes machen, ich würde die Frage eben vortragen. Leslie Nielsen spielte in die nackte Kanone einen dämlichen Polizisten, aber was war mit Nielsens Bruder Eric? A. Er war Verteidigungsminister in Kanada oder B. Er saß zwei Jahre unschuldig im Gefängnis. So, die Karte war heute immer noch bei mir und jetzt müssen die Mitspieler verdeckt sich überlegen, A oder B, was ist richtig und jeder legt dann verdeckt das raus, wo er sagt, er denkt, es ist richtig. Die andere Karte behält er natürlich geheim bei sich, liegen alle Karten auf dem Tisch, wird aufgedeckt und auch aufgelöst, was richtig ist. Der Spieler, der richtig geraten hat, der bekommt einen Punkt, den schreiben wir auf dem Extrazettel auf und die Spieler, die falsch geraten haben, da bekommt der Vorleser einen Punkt, denn er hat die richtige Antwort rausgesucht, um die anderen zu verwirren und das soll natürlich auch belohnt werden. Ja, dann kommt die Karte einfach vorne in den Kasten rein, der nächste Spieler zieht hinten die nächste Frage raus, es geht im Uhrzeigersinn einfach weiter und als nächstes gibt es eben den neuen Vorleser, der sich wieder die Karten anschaut und eine falsche Antwort zur richtigen sich raussucht und den anderen Spielern vorträgt. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, kann man es so machen, man sagt am Anfang des Spiels, okay, wir werden zwei, drei, vier, fünf Runden spielen, je nachdem wie ein Spieler teilnehmen und wie lange man spielen möchte und die Karten teilt man schon mal an die Spieler aus, sodass während einer jetzt überlegt oder während des Spiels einfach ständig die Spieler ihre Karten schon mal durchlesen können und sich vielleicht vorher schon mal ein bisschen Gedanken machen können, was werde ich denn, wenn ich dran bin, dann für eine falsche Antwort zur richtigen dazunehmen, dann läuft das Spiel ein bisschen flüssiger und schneller ab, als wenn jetzt der nächste Spieler dran ist, sich die nächste Karte nimmt und erst mal anfängt zu lesen. Das läuft eben flüssiger, wenn jeder schon mal ein paar Karten vor sich liegen hat und schon mal die Vorauswahl für sich trifft. Wie gesagt, die Tippkarten nehmen wir auf die Hand, verdeckt und legen dann die verdeckt raus, wo ich denke, das richtig ist. Wenn alle draußen liegen, wird umgedreht, richtige Antworten kriegen einen Punkt, falsche Antworten kriegt der Fragenvorleser einen Punkt und wer eben nach den ausgemachten Runden am meisten Punkte hat, hat das Spiel auch schon gewonnen. Das war sie, meine kurze Spielevorstellung von True Stories. Manchmal ist die Wahrheit wirklich unglaublich aus dem Moses Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus macht es gut, euer Michael.